Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klembau-Steinbaus. Lang hatten wir nichts mehr von Guantan, aber das ändert sich natürlich jetzt auch mal wieder. Und zwar habe ich hier für euch den Nissan 180 Truck, die Guantan-Teile Nummer 10121, bestehend aus 278 Teilen. Der Nissan 180 Truck ist ein Truck, der im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde, vor allen Dingen im asiatischen Raum. Lustig ist natürlich, dass dieser Nissan Truck auf einem Chevrolet basiert und damit auf ein amerikanisches Fahrzeug. Und hier mehr oder weniger amerikanische Technik umgesetzt von Nissan, auch gegen amerikanisches Militär genutzt wurde. Von der Nissan 180 gab es einmal eine zivile Ausführung und eine speziell für den Krieg gefertigte Ausführung. Dieser hier ist die zivile Ausführung. Das ist aber nicht unbedingt ein Logikloch, denn auch die zivile Ausführung vom Nissan 180 Truck wurde für Kriegseinsätze genutzt. Einmal eben entweder zum Truppen oder eben auch zum Gütertransport. Bestellt habe ich das Ganze mal wieder aus China. Das heißt, wir haben keinen Umkarton, sondern nur diesen Plastikbeutel und den machen wir doch jetzt einfach mal auf. Und hier haben wir auch schon die Teile-Tüten. Als erstes fällt es sofort auf. In der Anleitung ist hier eine Fahne weiß und hier ist die Flagge bedruckt. Das hat auch einen Grund, denn diese Flagge wurde bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs vom japanischen Kaiserreich eingesetzt. Und gerade im asiatischen Raum hat diese Flagge hier eine ähnliche Bedeutung wie in Deutschland eine Hakenkreuzfahne oder auch die Reichskriegsflagge aus dem Ersten Weltkrieg. Logisch natürlich, dass ein chinesischer Hersteller dann nicht unbedingt mit dieser Fahne werben möchte. Über die Teilequalität reden wir wie immer, wenn wir dann das Set bauen. Von vorn kennt ihr die Anleitung ja schon. Sie ist klammergebunden. Sie hat wieder diese Tarn-Darstellung. Gefällt mir persönlich gut. Es wird alles ausgegraut, was schon gebaut wurde. Und was neu gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt. Und insgesamt haben wir 35 Bauschritte auf 16 Seiten verteilt. Die letzten zwei Seiten sind einmal Explosionszeichnungen von den Figuren. Und noch einmal eine Übersicht über den gesamten Setumfang. Aber das schauen wir uns dann natürlich in echt an. Auf der Rückseite haben wir dann noch einmal ein Foto von dem Nissan 180 Truck aus dem realen Leben. Hinter diesen Texten hier, die ich jetzt nicht unbedingt übersetzen kann, stecken immer Hintergrundinformationen zum originalen Fahrzeug. Und wir haben hier nochmal eine Draufsicht, eine Seitenansicht und nochmal eine Szene mit dem Set abgebildet. Ich bin auf jeden Fall auf dieses Set sehr gespannt, auch wenn es eher ein kleinerer Happen für zwischendurch ist. Und deshalb fange ich jetzt auch an zu bauen. Und wir sehen uns dann gleich mit dem, ich gehe mal davon aus, fertigen Set wieder. Außer es kommt jetzt in dem Bau irgendein großer Fehler oder irgendetwas Berichtenswertes vor. Ich wünsche euch auf jeden Fall wie immer viel Spaß mit dieser Review. Und fertig ist auch schon der Nissan 180 Truck. Und ich nehme schon mal vorweg, es ist das bisher schlechteste Set, was ich jemals von Quan Can gebaut habe. Trotzdem gibt es auch wenige, aber trotzdem auch positive Punkte. Und über die reden wir mal als erstes. Der erste Punkt ist, es ist alles bedruckt. Die aufgehende Sonne ist auf beiden Seiten bedruckt, die Scheibe vorne ist bedruckt und auch die Flagge am Motorrad ist komplett bedruckt. Ebenfalls ist zumindest das grobe Aussehen von dem Nissan 180 Truck gut getroffen. Und der letzte positive Punkt ist, wir haben drei Figuren, die schön bedruckt sind. Jeweils immer auf der Brust, dem Rücken und den Beinen. Wir haben auch Rangabzeichen dabei, verschiedene Rangabzeichen, die hier auch wirklich passen. Das ist immer cool, wenn so ein paar Details stimmen. Aber um auch die Figuren gleich mal abzuhandeln, auch die gefallen mir letztendlich nicht. Wir haben miserabel entgratete Teile. Sie fühlen sich generell billig an. Diese hier kann kaum stehen, ohne wirklich rumzuwobbeln und abzukippen. Und die fällt auch um, wenn man mal den Arm bewegen möchte. Deshalb, die drei Figuren hatten Potenzial, das haben sie aber leider nicht genutzt. Dasselbe gilt fürs Motorrad. Auch beim Motorrad wirken die Steine eher gebraucht und abgegriffen. Die Reifen drehen sich sehr, sehr schwergängig. Und wenn man sie mal wirklich zum Fahren benutzt, dann ziehen sie sich relativ schnell von der Felge ab. Und die Passgenauigkeit von den einzelnen Teilen ist wirklich miserabel. Hier sollte kein Spalt sein. Es geht nicht besser zusammenzudrücken. Ich habe es letztendlich dann mit einer Zange versucht. Hier eben nochmal untergefüttert. Dass ich die Steine dabei nicht grob beschädige. Selbst mit diesem Druck ging es nicht zusammen. Deshalb, das Motorrad kann zumindest halbwegs gut dastehen. Aber ist jetzt auch kein Highlight gewesen. Hat eher für Frust gesorgt. Schön ist natürlich, alles was wir hier an Zubehör drauf haben, passt auch auf den Truck. Und kann damit gefahren werden. Dazu gehören drei solche Fässer. Eine Kiste, die man selber baut, aber die auch einen sehr, sehr hässlichen Angusspunkt hat. Dann haben wir noch die obligatorischen Barrikaden-Sandsäcke. Die gefallen mir ganz gut. Und die obligatorischen Munitionskisten. Der Vorteil, wenn wir das Ganze auf der Ladefläche haben, ist, dass man den Boden der Ladefläche nicht so wirklich sieht. Warum das ein Vorteil ist, ich blende euch mal ein Foto ein. Wir haben hier komplett unterschiedliche Höhen bei den Plates. Und auch hier habe ich es wieder wirklich versucht zusammenzubekommen. Es gibt ja auch von Moldking diesen Hammer, mit dem man Plates und auch Fliesen eigentlich perfekt montieren kann. Selbst mit diesem Hammer hat es nicht funktioniert. Denn die lassen sich super, super schlecht verbauen. Sie sind sehr störrisch. Baugefühl ist eine Katastrophe. Und das liegt wieder an der Passgenauigkeit und höchstwahrscheinlich fehlenden Qualitätskontrollen in dem Falle. Das ist aber nicht nur bei den Fliesen so. Das ist bei allen Teilen hier so. Das Baugefühl war schrecklich. Danach halten sie sehr gut. Es fühlt sich wie eine schlechte Version von frühen Kurbisteinen an. Denn danach sind sie bombenfest. Aber bis man sie dann dazu gebracht hat, ist es eine Qual. Der nächste Negativpunkt ist, wir können ja eigentlich hier die Ladefläche jeweils aufklappen. Hier haben wir schon gesehen, das ist aber auch so störrisch, dass wir hier teilweise das Ganze demontieren. Also machen wir das Ganze lieber schnell wieder zu. Wir haben auch in dem Bereich der Ladefläche hier wirklich sehr unschöne offene Stellen. Das hängt auch alles mehr schlecht als recht und schief da, weil wir es halt nicht so auflegen können, wie es eigentlich sein sollte, dadurch, dass die Fliesen ja so unterschiedlich hoch sind. Und hier hinten ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen, dass wir hier einen gelben und einen weißen Stein haben, die eigentlich so richtig gar nicht reinpassen. Und da habt ihr recht, hier sollte eigentlich auch alles in diesem Beigeton weiter sein. Aber wir hatten in diesem Set zwei Fehlteile. Ich habe sie jetzt mal weiß und gelb erstmal ersetzt, damit man das auf den ersten Blick sieht. Das ist natürlich sehr ärgerlich, aber es ist noch nicht mal alles. Denn auch die Scheibe ist zwar bedruckt, aber sie ist komplett zerkratzt. Und dass wir hier diese ganzen Stellen haben, trägt nicht gerade zur Durchsichtigkeit bei. Also durchgucken kann man da nicht so wirklich. Das ist jetzt aber auch nicht allzu schlimm, denn wir können zwar die Türen öffnen, aber hier drin ist nichts. Also weder ein Lenkrad, gar nichts. Nichts angedeutet. Das Führerhaus ist komplett leer. Und wir haben ja jetzt schon sehr viele negative Punkte gehabt. Einer kommt noch, denn diese Doppelreifen hier hinten drehen sich so gut wie nicht. Wir können es mal beim Fahren versuchen, man schleift sie die ganze Zeit nur hinter sich her. Also zum Spielen ist das Ding auf jeden Fall auch nicht geeignet. Und wenn wir das Ganze jetzt mal zusammenfassen, haben wir drei Figuren, die wirklich Potenzial hatten, aus denen aber leider nichts gemacht wurde, aufgrund schlechter Qualität. Ein Motorrad, was wirklich Potenzial hatte, was aber auch keinen Spaß macht, aufgrund einer schlechten Qualität. Ein Bau, der Spaß machen könnte, aber leider auch keinen Spaß macht, weil die Steinequalität so miserabel an dem Punkt ist. Das Aussehen ist in Ordnung, aber ob es jetzt unbedingt vitrientauglich ist, darüber lässt es sich auf jeden Fall streiten. Und damit ist das Set wirklich bei mir einfach durchgefallen. Ich hatte überhaupt keinen Spaß beim Bau und habe nur darauf hingefiebert, bis es dann fertig ist. So sollte das bei Klemmbausteinen eigentlich nicht sein. Und als es fertig war, war die Ernüchterung groß, dass dann nicht mal zum Beispiel dieses Aufklappen hier reibungslos funktioniert. Was ja leider aber auch logisch ist, aufgrund dieser Fläche hier, die man einfach nicht gerade bekommt. Und on top haben wir noch Fehlteile. Und das kann, auch wenn das Graffel, was so dabei ist, wirklich schön ist, dann auch dieses Graffel einfach nicht mehr ausgleichen. Da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, da hat man sich schon seine Meinung gebildet. Und meine Meinung ist hier ganz klar, das ist überhaupt keine Kaufempfehlung, damit hat man keinen Spaß. Aber gut, jeder Hersteller kann mal ins Klo greifen. Ich bin auch wirklich glücklich, dass das nicht die Regel bei Gwanschan ist von der Teilequalität. Die können das viel, viel besser und ich würde gerne wissen, warum es hier so extrem schief gelaufen ist. Wenn ihr das Set natürlich selber besitzt, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Besonders würde mich natürlich interessieren, wie war die Steinequalität bei euch? War sie besser als bei mir? Hattet ihr auch so einen Stress, wie ich das hier beschrieben habe? Schreibt es rein. Damit helft ihr uns als Community extrem weiter und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sowas von euch lesen kann. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.